Geschäft wird zwischen Menschen gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir am Platz für euch beim Schubex Orlando. Ja, Werner Theiner lädt von der Nacht der Netze zum Christmas Joy ein. Und Werner Theiner ist in München mehr als bekannt zum Thema Networking. Aber was bedeutet Networking für jeden Einzelnen? Warum machen das die meisten? Und warum schwören die Großen aus der Branche aufs Networking? Der Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Und wir gucken einfach mal nach, wer uns die Frage beantworten kann. Was bedeutet Networking für dich? Networking ist generell, mit mehreren Menschen in Kontakt kommen natürlich. Und auch vielleicht dann auch bestenfalls natürlich im Kontakt bleiben. Dass man halt auch generell sich später, der eine hilft dem anderen und der andere hilft dem einen. Aber ein Geben und Nehmen eben. Also man gibt und man nimmt sich auch was. Aber immer schön, dass es auch fair bleibt. Was bedeutet für dich Networking? Interessante Gespräche, vor allem interessante Leute und das Kennenlernen miteinander. Okay. Was bedeutet Networking für Sie? Networking ist für mich ein wichtiger Punkt meiner Arbeit. Wo ich mich mit Leuten zusammenfinden kann, wo man privates, aber auch geschäftliches besprechen kann. Und einfach eine Basis zu finden. Der alte Satz, finde ich, hat momentan mehr Bedeutung denn je. Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Je mehr man überall Leute weiß und kennt, besser kann man Geschäfte machen. Da ist eine Plattform wie diese hier ein Ideal dafür einfach. Ja, um in einer lockeren, schönen Umgebung Leute kennenzulernen, alte Bekannte zu treffen, neue Gesichter zu sehen und mit ihnen ins Gespräch zu kochen. Das ist Networking. Ja, Networking ist einfach sehr wichtig, weil Verkaufen einfach was mit People-Business zu tun hat und weil man einfach mit Leuten auch über Dinge sprechen muss, die nicht nur das Geschäft angehen, sondern auch die Sorgen mit verstehen muss, die unabhängig vom Geschäft sind. Was für einen Networking-Tipp könnten Sie uns mitgeben, wenn ich mal auf einer Veranstaltung bin? Eine gute Mischung zwischen Business-Themen und einer guten Abendveranstaltung. Du bist ja da Körpersprachenexperte. Aber jetzt ist meine Frage, was ist für dich Networking? Hat es auch mit Körpersprache zu tun und wenn ja, mit Sicherheit wahrscheinlich, aber wie kann ich die Körpersprache im Networking gut gebrauchen? Ich habe das jetzt gerade beobachtet, ich bin ja das erste Mal bei dieser Veranstaltung und habe gemerkt, wie schnell Menschen einander abchecken. Ja, das ist ja ein Netzwerken, ein Gesichterherzeigen, auch ein Gesichtswaschen. Und da wird sofort abgecheckt, ist der interessant oder ist der nicht interessant. Das heißt, Netzwerken sind in erster Linie, ich muss ein gutes Auftreten haben, ich muss ein sympathisches Auftreten haben, was viele Menschen falsch machen. Ist, sie versuchen Status zu transportieren. Ich muss dazu sagen, wir Männer sind da ein bisschen anfälliger dafür, ja. Aber insgesamt, wer glaubt, er muss bei so Netzwerkveranstaltungen, besonders bei so etwas Lockeren, wo es um einen Weihnachtspunsch geht, Status transportieren, wird zu anderen keinen Zugang finden. Denn mit so einer Körpersprache, mit der ich jetzt komme, mag sein, dass ich sehr erhaben wirke. Allerdings, die Menschen werden nicht zu mir gern, mit mir gern ein Gespräch beginnen. Ja, jetzt habe ich den Network-Experten schlechthin da. Nämlich nicht nur, dass du die Nacht der Netze machst, sondern vieles, vieles andere. Ich glaube, wenn jemand das Netzwerken in München mitgestaltet hat, dann du. Ganz banal gefragt, deine drei Tipps zum perfekten Networking. Also, ganz banal auch geantwortet, dienen kommt verdienen. Also, man muss immer erst mal was reinbringen ins Netzwerk, bevor man was rausholen sollte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste erst mal. Die Nummer zwei würde ich jetzt aus meiner Brille jetzt sagen, bleib so wie du bist. Werd nicht künstlerisch oder verändere dich oder sowas, sondern sei ehrlich. Sei eine ehrliche Hau. Wenn es dir dreckig geht, sagst du dir auch mal, dass es dreckig geht. Das wollen, glaube ich, die Leute auch eher mal hören, als das Ganze über drüber. Und die Nummer drei ist, immer am Ball bleiben. Red mit den Leuten. Egal, ob über Facebook oder WhatsApp oder am besten natürlich persönlich, aber geht nicht immer. Und deswegen finde ich auch die Medien wie Facebook oder Xing oder LinkedIn so super. Ich glaube, wir haben heute wieder jede Menge über das Netzwerken gelernt. Mal eine ganz andere Folge von Monaco Deluxe. Vielleicht konntet ihr was rausziehen für euch selbst und euch selbst auch mal in ein oder anderen Business-Netzwerk anschließen, um Kontakte zu knüpfen, sei es jetzt privat oder auch beruflich. Denn wir wissen, die Besting-Geschäfte werden über Freundschaften gepflegt. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich glaube, dass es bei uns vom Ambiente einfach ein bisschen lockerer ist als in den manchmal recht steifen, förmlichen Sushi-Lokalen Münchens. Die Sushi-Qualität ist gut bürgerlich, ohne übertriebene Preise zu verlangen.